Ich muss alle Teile zusammenbauen. Ein Teil fehlt noch. Na also, einschalten. Jetzt wird es das ganze Jahr überschneien. Catboy, was hat das zu bedeuten? Ich glaube, der Winter ist zurück. Im Mai? Hm, da stimmt doch was nicht. Mal sehen. So viel Schnee. Hey, was ist denn das? Catboy, ich hab was gefunden. Hm. Das ist aber eine komische Maschine. Und hier liegen Rohre. Das war bestimmt Luna Girl. Ich glaub, das ist eine Schneemaschine. Wir müssen sie ausschalten. Hier ist ein Knopf. Ja. Na also. Oh oh. Es schneit immer noch. Vielleicht müssen wir die Rohre zerlegen. Es klappt nicht. Gekko, hilf mir. Hier. Jetzt ist die Maschine dran. Da also. Wir haben es geschafft. Los. Holen wir den Traktor und machen hier sauber. Neil. Hier ist dasarias! Ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Noch mehr Schnee, noch mehr Schnee Deco, jetzt schneid's sogar noch stärker Aber warum denn? Wir haben die Maschine doch zerlegt Das heißt, etwas anderes macht den Schnee Suchen wir danach Hier ist nichts Hier auch nicht Und hier? Ich glaube, ich hab was gefunden Deco, wo bist du? Warte, ich helf dir Das ist eine Schneekanone Sie hat also den Schnee gemacht Wir müssen sie ausschalten Endlich hat es aufgehört zu schneien Hurra, wir haben es geschafft Ich muss mir was Neues einfallen lassen Ich helf dir das nicht 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 Ich helf dir das nicht